So, Willkommen zurück zum Let's Play Awesome Notes, ähm, ich hab noch ein wenig Verstärkung gebracht und der, äh, Itzel begleitet mich erneut, äh, heute ist er ausnahmsweise auch mal zu hören. Ja, jetzt hab ich mir immer Mühe gegeben. Er hat sich immer Mühe gegeben. Ähm, ja, wir hatten eigentlich, eigentlich hatte ich eine, eine, genau, äh, eigentlich nur eine angepasste Session erstellt, nur irgendwie hat hier kein weiterer gejoint. Dementsprechend werden wir uns erstmal mit einer, äh, mit einem kleinen Bot-Match begnügen. Wobei das auch schon... Au! Oh, nee, das ist nichts von mir, nee. Das, äh, schon schwierig genug als... Ah, guck mal an. Achja, hier, Itzel kommt heute hier mit dem Dicken um die Ecke. Ja, den hab ich auch noch nicht gespielt. Ich muss jetzt mal schauen, dass der Ecke untertankt. Ja, bumm machen kann, da sieht man. Ähm, ich bin meinem Froggy G wieder mal, wieder mal treu geblieben. Ich krieg mein Froggy G ja so geil. Oh, äh, mein Froggy G ist aber gleich platt. Äh, ich geh mal in Richtung, äh, Home. Ich glaube, ich werd mal ein bisschen, bisschen hier einkaufen gehen hier, zack, zack. So, dann hab ich zumindest meine beiden Specials schonmal. Ähm, kennt ihr ja noch vom letzten Mal mein, mein niedlichen Dash und mein, äh, mein Tornado. Was geht denn hier ab? Wo ist er, der Wirbel, Wind? Ach, guck mal, da ist der Itzel wieder. Erhobenen Haustes, äh, erhobenen Haustes. Ähm. Windbuch. Jetzt macht er wieder Bumm. Er macht doch alles kaputt und fänds mir sich selbst ist. Er schießt mir ein Raketen durch die Gegend, okay. Geht mein Bestes. Sag der dir mehr zu, oder was? Nja, nicht wirklich. Haaah. Oh, nö, ne? Ich hab mich hier auch so von so einem hier, one shoot! Vor allem braucht der Bezahling, wenn du da... ...deberst du... ...deberst du... ...deberst du... ...deberst du... ...da hat es mich zerrissen. 3, 2, 1. Your turn is under attack! Aber er springt gut! Your turn is under attack! Er springt gut, sagst du! Aha! Die Rakete ist natürlich doof, die andere Reichweite von vielleicht 4 Mobs Wenn ich zurück rennen, ist die Rakete wieder weg! Ja, wenn du das sagst! Ja... Ja, wenn nichts los ist, ist das leicht ermüdend, deswegen bitte das Gehen zu entschuldigen Ja, super, ey! Die einzige Granate, weiter und bereit! Und wer findet sie? Ich! Wie willst du mir jetzt erzählen, du hast... Bei dir ist nichts los? Ja, weil mir ist nichts los! Ich will Feuer aufs Weißbein! Ich bin Feuer aufs Weißbein! Ich bin Feuer aufs Weißbein! So, irgendwie... ... hab ich da auch gerade einen Stress-Strecht gekriegt von einem! Oh ja, ein... Oh, 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 oh... Oh, was war denn? Was zur Hölle war das? Ich bin hier am... Ah, ha, ha, gar bedränglich! So... ... geringfügig! Ja, ha, ha, ha! Bei irgendwelchen Geschützfirmen und einem... ... Balinu... ... Gigi... ... Balina... ... und Pauli... ... Hui! Ja, genau, da lass dich rum! Hab ich dich schon mal gesagt, dass deine... Genau! Aber hab ich dich schon mal gesagt, dass deine Ortsbeschreibungen echt schaussam sind! Erkredit sich meine Ortsbeschreibung, aha! Irgendwelchen Geschütztfirmen! Irgendwelchen Geschütztfirmen! Du kannst mich mal! Weil... ... oben oder unten! Äh... ... unten, Mitte! Ey, der glaubt ja echt, ich guck da unten rechts auf die Karte, oder was? Ja, entschuldige... Ja, ich bin da unten! Irgendwo! Ne, 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 ne... ... deine komische... ... komische Sprengladung, da kannst du mal... ... ich hab dich los weglassen, so... ... ja, hat mich direkt wieder zerrissen! Oh, schön! ... mein Turrent is under attack, mein Turret... ... mein Tourette! ... mein Turrette! ... mein Turrette! Scheiße! Ja, man merkt, der Itz ist noch ein wenig schüchtern... ... er redet nicht so viel... ... sooo... ... kommen wir doch mal weiter... ... ja, das ist ja die erste YouTube-Aufnahme... ... wo kloppt er sich denn jetzt hier wieder rum? Ey, gleich zwei auf... ... zwei Erfolge auf einmal, ne... ... freut er... ... freut er sich über Erfolge, von denen ich nichts habe, das ist gut... ... ich konnte sie bloß grad nicht erkennen... ... weißt du, das sind sinnlose Kommentare, die braucht kein Mensch... ... schreibt dir davor was Gutes einfallen... ... es ist mir egal... ... ich dring dich... ... kreise dich um... ... One Shoot ist im Blutrausch... ... ich meine, das sind nur Bots, ne... ... wir sollen das erst werden, wenn wir gegen echte Spieler spielen... ... Gott, wir sind so schlecht... ... ich schreib hier gar nichts, irgendwie... ... ich weiß auch nicht... ... 98 ist nur schon wenig, ne... ... oh, your turn is almost lost... ... na, super, auch das noch... ... hm... ... oh, super... ... ja... ... hm, genau... ... alter... ... ne 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 ne... ... boah... ... ich guck's doch nicht, was halten die Büster denn aus... ... das ist ja der Wahnsinn... ... ich bin fast dran... ... voll umgehauen... ... voll umgehauen... ... aber volle Knicke... ... voll ihr wurde getötet... ... ihr Schweine... ... da kennen die keine Gnade echt... ... bis sie kurz vor dem Akne bin... ... und dann hauen die drauf... ... ähm... ... ich bin eigentlich dafür, dass ich hier auf meine erhöhte Reichweite warte... ... schubidubidubidubidubidub... ... so... ... äh... ... hat den Vorteil, dass meine Kanonen dann doch ein kleines Stückchen weiter schießen... ... macht sie zwar nicht stärker... ... aber es macht sie immerhin... äh... ... länger... ... ne... ... länger... ... wenn's mal wieder länger dauert... ... ja... ... ja... ... du... ... dämliche... ... unskunde... ... Alter... ... ich... ... gib's dir jetzt... ... jetzt bist du fällig... ... jetzt bring ich dich um... ... jetzt geh jetzt bist du tot... ... jetzt bist du so tot... ... oder auch nicht... ... verdammt... ... jetzt hat's mich doch tatsächlich zerledert... ... ich hab keine Kohle... ... das ist äußerst... ... ähm... ... unproduktiv... ... ... ist da irgendwas so... ... ist da irgendwas so... ... Baroo... ... nein... ... er gibt's nicht so was... ... oh ja... ... hier gibt's Gekka um so... ... oh oh... ... die... ... zerschoten hier oben... ... im mittleren Bereich... ... oben... ... zerschoten sie uns hier die... ... zerschoten sie das Tourette... ... äh... ... das... ... das Tourette... ... Alter, was haben die denn für Special-Attacks, ne? Sag mal, seid ihr denn doof oder was? Könnt ihr mich beim Frieden lassen? Ich wurde getötet... ... ich hab eine Super-Kill-Streak, ne? Fünf... ... vier... ... drei... ... zwei... ... eins... ... blast-off! Also wir fragen... ... ob wir irgendwie mal irgendwann durch? ... ... du bist doch die ganze Zeit schon durch! ... ja, ich rede nicht von mir... ... ich rede hier von den blauen Gegnern... ... das ist ja der Wahnsinn! ... ... ... sind hier noch so einer... ... der mit Pops nicht klarkommt? ... ich auch nicht, konnte die Viecher noch nie leiden... ... ne... ... schon mal andere Eko-Streak... ... konnte ich sie nicht auch... ... ne... ... so, jetzt hab ich aber den... ... den... ... den G getötet... ... oh, ich hab's geschafft... ... oh, ich hab den G umgebracht... ... diesen komischen... ... blöden... ... dämlichen... ... Drecksaffen... ... naja, da muss er sich zurückziehen... ... der One-Shoot! ... ... your turn is under attack... ... naja, ganz toll... ... mal wieder... ... ich brauche ein bisschen Energie... ... das wäre... ... hilfreich... ... ... ... your turret is almost lost... ... ... ja, finde ich nicht gut... ... ... ich wollte... ... der Elze vielleicht noch was wegen tun... ... ... ja... ... das ist ein Stern... ... das kann nicht so viel was sein... ... kommt er ja angewackelt... ... boah... ... mach, mach das dann... ... jo jo... ... mach das... ... genau... ... bumm... ... ja genau... ... zerreißt mich doch... ... tötet mich... ... bringt mich um... ... Vorsicht... ... Schwerkraft-Kanone... ... nee, Schwerkraft-Anomalie... ... normal alles... ... you have been killed... ... 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 solar einzusacken kann ich mir vielleicht auch gleich immer wieder ja ist auch gar nicht schlecht ich glaube ich kann mir wieder ein neues upgrade holen das machen wir doch mal direkt was nehmen wir denn jetzt ein bisschen mehr gesundheit oder anknutzgeschwindigkeit oder durchschlag ich nehme einmal durchschlag erst mal ich weiß jetzt nicht ob du das jetzt gut oder schlecht war aber das werden wir ja recht feststellen hier wird schon wieder ab hier ist schon wieder mächtig ja ne lass mich in ruhe alter ich hau mich auf nichts die wahre pracht ich habe aber einen schwein gehabt wuss wie schon wieder von 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 g g g g le was geht denn bei dir Elze der lässt mich nicht mehr mehr weg die kesseln mich voll ein einer links einer rechts und dann kommst du nicht mehr weg ich finde ja man muss ihm sogar den statusbericht aus der nase ziehen voll vertieft voll voll vertieft voll voll vertieft voll vertieft ich versuche hier irgendwas zu reißen aber es klappt irgendwie überhaupt nicht es wundert mich bei dir gar nicht ja das hast du aber ein magiker schon gesehen was soll ich dazu sagen ja ja aaa wenn es darum geht mich selber um zu bringen dann schwein schwein da hat mich doch und schwein schwein der wundschwut geschnitte ja den abend schwein 5 4 3 2 1 flach auf das war zwei ich war zwei Sekunden vor dir da der 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 das ist gar nicht gut sie greifen gerade unsere und unsere faces an hier ich kann mir doch bestimmt was kaufen hier irgendwie ja ähm ah ja hier ein bisschen gesundheitsregeneration so oh ho Oh ja, ich fordere Hilfe ab. Das ist sehr gut. Kann ich brauchen gerade. Oh so, jawohl. Ja, er lässt sich doch gemütlich von dem Ding zerschroten. Das macht doch Spaß, oder nicht? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich? Nee. So, und erstmal. Meinen. So. Den haben wir doch gerade mal Shigi hier weggeräumt. Ja genau, rennt ruhig fort. Hier ist also Tatrami. Ja, das war wieder One-Shoot. Ich habe hier eine super 1 zu 10 Killstreak. Das ist echt, das ist von mir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so schlecht. Ah, er spricht aber leider gerade in den Tatsachen. Ich muss dafür, ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich bin froh, wenn es ja irgendwann mal demnächst vorbei ist. Lalalala. So, kann ich dann hier was kaufen? Was kaufe ich mir denn? Ich kaufe mir noch mal 700 Gesundheit pro Sekunde. Äh, nee, pro Sekunde, pro Sekunde, pro Minute. Nee, egal. Regeneration auf jeden Fall. Hauptsache, ich komme hier irgendwie heil aus der Sache raus. So. Ja. 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 Aha, Brawley ist in einer Killingstreak. Okay. Ja. 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 Ja, das ist natürlich jetzt gerade ein wenig problematisch, ne? Au, 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 au. Problematisch ist gut. Oh, au, 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 ich hab ein G am Hintern. Das ist nicht gut, wo wir leben. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, diese blöden Rakete zieht mich selber hin. Yeah, ich wurde schon wieder von One Shoot zerbröselt. Tatsache, man sollte vielleicht mal lesen. Selbstzerstörung verursacht Schaden bei dir selbst und den bestehenden Feinden. Seht ihr, haben wir wieder was gelernt. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Der Gegner braucht ihn gar nicht platt machen, das macht er schon von selbst. Ey, ich wundere mich warum immer eine Minus 3 im Umland steht. In Rot. Kann ja nicht sein. So, ich muss mal hier gerade um meinen. Ich brauche gerade ein bisschen unter die Arme greifen. Da fehlen wieder zwei Stück jetzt. Da gibt einer. Hast du gedacht, Junge? Hast du falsch gedacht? Ja, hau den Kleinen um, da oben. Hau den da oben um. Oh, verdammt. Oh, verdammt. So, ich versuch schon gerade das. Ah, das Lebens-Pickup hat jetzt eben eine andere blöde... Das ist schon wieder dieser One-Shoot, ne? Ja, das ist gut. Der Boss hat nicht gefressen, ey. Nicht umsonst. One-Shoot ist legendär. Das hat sich vielleicht mit legendär. Wie viel Prozent Schwierigkeiten hast du immer drin? Das werde ich dir noch nicht verraten. Okay. Wo bleibt denn da die Spannung? Jaaa! Okay, du hast dich. Turm aber ein bisschen verschaden. Ein bisschen was geupgradet. Guck mal, ob das was bringt. Guck mal, ob das was bringt. Voll auf, voll auf Atacke. Das ist nicht krass. Der ist doch wohl... Ey, ich könnte ja glatt und so, ne? Aber ich lasse es dann doch. Nicht jugendfrei? Das wäre mehr als nicht jugendfrei. Sagt man doch nicht. Das macht man doch. So ein, ein, eine verdammte... Ah, ohne Mütze! So hier, ich bin wieder in der Hood hier. Ich bin wieder voll dabei. So mittendrin statt nur dabei, ne? Boah, jetzt runterfängt ich ein. Oh Gott. Der Weg ist so schön für eingefänft. So. 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 Das ist ja dann. Aber dann haben wir jetzt einen kaputt, ne? Oje, das ist noch was der Volley. Dieser... ...nistige Marine. ...nistige Marine. ...nistige Mission. Blasht off! Ähh... Ich blasht mir jetzt auch einen hier. Blasht 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 blasht. Schwerkraft Anomalyse. Oh, das ist ja... Alliades bin killed. Oh, der Blutrausch von Walzut. Oh, die Zeit ist von Abo. Okay. So. Aber es hängt wahrscheinlich auch nur mit dieser massiven Hitze zusammen, dass wir hier nicht klarkommen. Ich fühle mich immer noch gefühlt wie in einem Backofen. Das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen... ...bisschen freizügiger hier sitze. ...und natürlich nur um die Einsteigquoten zu steigern, ne? Ach... ...heißt dann mehr irgendwie... ...guck mal mal, da ist ein halbnackter Mann! ... ... ... Ja, die Einsteigquoten steigern... ...marketing ist alles! dann müssen wir ja mal schauen hier kümmere dich mal um unsere base dann noch ein Bild von mir herkriegen los nicht dann springen mir die Abonnenten ab ja und vielleicht ein Bildschirm das könnte auch passieren dass der das gar nicht darstellen kann die Pixel hat er gar nicht stück mit null rechnet er nicht so, jetzt ist er vollgasig durch irgendwie bögen die mich gerade nicht ja, ja, kann ich ja nachvollziehen so ist er nicht jetzt tun wir nicht so als ob du Helm wärst hier ja der ist immer so, der Typ das ist völlig normal da darf man sich nichts bei denken eigentlich haben sie es magisch habe ich gehört ja oh ich will starte so, wieder gescheit aus der Affäre hier einmal ziehen kann ich versterben? ne, kann ich nicht so, nochmal ein kleines Gesundheitskickup und dann die nächste nein, das ist auch der gegnerische gegnerische geschützt da wird irgendwie ein bisschen leben da haben sie ein bisschen da haben sie gerade warten bis meine cooldowns durch sind du hast getötet ja, da hat mich das gegnerische geschützt platt gemacht aber egal, ich habe schon zur Hälfte runtergeknüppelt und das ganze alleine mh mh